Das ist Robert Fretcher mit der 157, der hier das Tempo nicht halten kann und Sergio Padilla ist wieder dran vorne. Ja und jetzt geht Thomas, jetzt attackiert er. Attacke von Thomas Oareka, drei Kilometer vor dem Ziel, dem ist das Ganze da hinten nicht wohlbekommen. Da hat er jetzt richtig Meter gemacht, also jetzt sieht man, jetzt beißt er, jetzt fängt er an Finale zu fahren. Versucht natürlich jetzt seine Gegner auch ein bisschen zu demoralisieren mit diesen kurzen Absätzen, dass keiner an seinem Hinterrad bleibt. Jetzt schauen wir mal, wie die hinten reagieren, ob sie Tempo aufnehmen. Thomas Oareka, der hier vor fünf Jahren zuletzt gewonnen hat, eben auf dem Kitzbühlerhorn, der Zweiter war vor vier Jahren hinter dem Dänen Sörensen. Wer geht da nach? Die Luca. Die Luca ist es, ja, die Luca. Dahinter Ignatenko und ebenfalls Morabito, Steve Morabito, der Schweizer vor Pagani. Ja, die Luca natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Er hat 2007 den Giro d'Italia gewonnen, also schon eine Sache, die in seiner Erfolgsliste hat, die natürlich eine Sprache sprechen. Aber Oareka kommt nicht weg, schaut die Luca, kommt da wieder heran, der zieht die anderen jetzt mit. Ja, aber er hat gezeigt, er hat was drauf. Kann natürlich das Tempo nicht durchziehen, aber hat natürlich die Kuppe gesprengt. Und das ist Vogelsang, den würde ich auch noch nicht abschreiben. Der ist da noch dran. Dahinter dann Leopold König, der im Vorjahr auf Rang drei war. Hier, der Rolgenfeuer, hier, Fünfter. Und die Luca hat sich wieder herangekämpft. Alles wieder beisammen, Morabito und dahinter Pagani. Ja, das ist ein richtiger Poker jetzt. Der Kerl schaut ganz genau in die Augen der Rennfahrer, versucht irgendwie abzulesen. Wer hat da noch die größten Reserven jetzt für den Schuss? Leider sind die meisten Augen durch die Brillen verdeckt, aber da müssen jetzt alle die Karten aufdecken. Also da gibt es nichts mehr, wo er jetzt zurückhält. Spilak und Ignatenko, die beiden kommen jetzt auch wieder da zusammen, gemeinsam mit Pagani. Die sechs Mann Spitze hier bald wieder zusammen, die Luca. Jetzt wieder an der Spitze gemeinsam mit Roreka und Morabito. Ja, das ist heute keine Solo-Fahrt, sondern die beiden unterhalten sich noch, die Luca und Roreka. Wer will gewinnen heute, willst du, wie? Vielleicht hat er gefragt, wie weit ist der noch? Oder wird es noch steiler oder kommt jetzt bald einmal Abfahrt? Könnte man den Kollegen natürlich auch betäuschen. Wenn der Thomas da jetzt allzu viele Informationen mitteilen wird. Wir sind gleich da, wie wir gesagt haben. Und hofft vielleicht den Heimvorteil hier auszunützen in diesem Finale. Roreka vorne rechts, die Luca. Daneben Spilak. Dahinter Morabito. Und Ignatenko außen jetzt, der auch noch sehr frisch wirkt. Der Russe vom Kadjusha-Team. Da haben sie ihn mit der Nummer 24 ganz rechts jetzt im Bild. Und Robert Fretcher hat sich auch herangekämpft hier. Ist jetzt wieder mit dabei. Genauso wie Sergio Padilla mit der Nummer 57. Da wird natürlich jetzt Thomas Koffler vom Team Vorarlberg hinten jubeln im Mannschaftsauto. Weil er natürlich auch ein ganz respektabler Zeitfahrer ist. Was natürlich unter dem Bergfahrer nicht so gang und gäbe ist, dass er nicht gut Zeit fahren kann. Ignatenko jetzt vorne. Es hat noch keinen russischen Sieg hier am Kitzbühlerhorn gegeben. Eins ist klar natürlich, wer heute hier jetzt vorne ist. Da geht es natürlich dann auch um die Sekunden. Denn wir haben ja ganz enge Abstände in der Gesamtwertung. Und der wird von diesen Fahrern die Gesamtwertung natürlich anführen. Auch die Punkte und die Bergwertung. Ja, aber ich glaube momentan, dass da keiner die Bergwertung wirklich im Sinn hat. Da geht es jetzt wirklich um eine der Vorentscheidungen in der Rundfahrt. Abgesehen davon, dass es noch einige schwere Etappen unter Zeitfahren geht. Aber hier wird einmal der Grundstein für einen Sieg oder für eine Niederlage gelegt. Und jetzt momentan die Luca macht vorne das Tempo. Morabito jetzt dritter und hinten. Spieler kann zweiter, dritter Stelle. Padilla auch, der sich jetzt vorgeschoben hat an die sechste Stelle hinter Bagani. Die Luca also vorne vor Rohrecker. Im roten Trikot Morabito von der BMC-Mannschaft. Jetzt an vierter Position. Und für die Fans hier oben, da wird es jetzt ein tolles Finale. Das wird tolle Stimmung geben. Vielleicht sogar eine Sprintentscheidung. Das wissen auch die vielen Radsport-Experten, die jetzt auch einmal gefordert werden, sportlich zumindest beim Wacheln ein bisschen Kalorien zu verbrauchen. Hier in der Sommersonne von Tirol. Gleich sind sie da. Die letzten zwei Kilometer schon angebrochen hier beim Finale. Die letzten der 19 kehren, lauern. Und das sind die steilsten. Vorne die Luca. Rohrecker dahinter. Morabito. Und dahinter Padilla. Die letzten Fotografen, die vorrauschen jetzt ins Ziel für das Siegerbild. Und Thomas, ja, er macht mir immer noch einen sehr guten Eindruck. Fährt schön kontrolliert vorne. Die Luca, ja, man sieht auch ihm schon die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Ein paar Meter hier schon verloren haben Didier und Pinotti. Können da nicht mithalten mit dem Tempo, das Daniel und die Luca im Moment hier vorne anschlägt. Das ist die Spitzengruppe für sie auch noch einmal im Überblick. Rohrecker und die Luca. Jetzt schaut es aus, als könnten die beiden sich ein bisschen absetzen vor Arroyo. Ja, die Zähne zeigt er uns schon, Danilo Di Luca. Aber das ist so seine Art. Das kennen wir auch von seinen großen Erfolgen. Von seinen Siegen beim Amstel Goldreis. Bei Lüttich, Bastogne, Lüttich. Die Frage ist, kann Thomas Rohrecker jetzt dranbleiben an Danilo Di Luca? Sie sehen die Prozent eingeblendet. 17,9 Prozent und er ist ein bisschen weg, Di Luca, jetzt. Das ist jetzt eines der steilsten Stücke. Und hier ist auch Di Luca. Ja, man sieht natürlich, ja, jetzt hat der Thomas ein bisschen Boden verloren. Ja, und der Thomas dreht sich auch immer wieder um. Kommt vielleicht Vogelsang noch heran. Was ist los hinter mir? Ich darf es aber jetzt nicht allzu viel umdrehen. Er muss sich jetzt an Di Luca orientieren. Wobei Di Luca natürlich ein schlechter Zeitfahrer ist. Er ist ein sehr guter Bergfahrer, aber ein schlechter Zeitfahrer. Also würde ich auf beide im Zeitfahren setzen. Dann sicher auf Thomas Rohrecker. Aber das Rennen ist noch lange nicht entschieden. Aber jetzt muss er dranbleiben. Jetzt muss er sich wirklich als Orientierungspunkt nehmen. Nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorne. Di Luca, das ist jetzt der Mann, an den es geht, sich zu halten. Der Cenca kann auch nicht mithalten hinten. Der wirkt noch sehr gut, der Italiener. Und auch die Kräfte am Ende bei Simon Spilak. Beim Slowenen, der Kadjuscher Mannschaft, der vor allem unten zu Beginn des Anstiegs sehr viel gearbeitet hat. Fällt da zurück. Wir sehen vorne auch schon einige Meter hinter Morabito zurück. Ja, Di Luca hat jetzt natürlich, ja, er tritt einen schönen, schönen, leicht, ein bisschen fast einen leichteren Gang als Thomas. Wobei der Thomas Nierner war, der leicht dagegen getreten hat. Aber es ist, er hat noch nicht aufgegeben, man sieht, er ist am Kontakt dran. Und wir sehen die letzten eineinhalb Kilometer hier. Wenn dann die Bäume aufhören, wenn die Fahrer hier auftauchen im Zielhang sozusagen dieses Bergaufrennens, dann sehen auch die Fans hier runter. Aber der Vorsprung von Di Luca, der ist schon sehr groß. Der zieht den jetzt davon, ja. Rohrecker hinten kann das Tempo nicht mithalten. Wo taucht er auf? Hinten ist schon zurückgefallen. Hinten Morabito. Aber er fährt ein gutes Rennen, er fährt wirklich ein gutes Rennen, der Thomas. Noch hat er nicht allzu viel verloren. Wir müssen ja auch an die Gesamtwertung denken. Nur wenige Sekunden hinter Danilo Di Luca. Rohrecker zweiter hinten. Morabito, wir schauen auf die nächste Gruppe. Wer kommt danach? Da ist jetzt dieses knapp 23-Prozent-Stück. Eines der extrem schwersten Stücke. Schauen Sie mal auf die Trittfrequenzen jetzt. Die unterschiedlichen. Der Fahrer Fretscher hier im schwarzen Trikot. Dahinter Igna Tenko, der Katiusha-Mann. Und im Vergleich haben wir hier vorne Danilo Di Luca. Jetzt kommt er gleich zur 1000-Meter-Marke. Sehr stark wirkt da Badia, der sich jetzt an die Spitze dieser Verfolgergruppe geschoben hat. Ja, das sollte man eher jetzt nicht die Fahrer anschieben. Das ist eher eine unfaire Geste gegenüber den anderen Konkurrenten. Ja, und da vorne sieht man schon die Flamme Rouge, der letzte Kilometer. Wobei das natürlich ein vergleichbar mit einem Flachrennen ein langer Kilometer werden wird. Da vorne sehen wir Fretscher und dahinter Rohrecker. Aber der Rückstand, glaube ich, wird größer auf Danilo Di Luca. Der ist einmal vorne jetzt ganz alleine. Dahinter dreht sich schon Morabito um. Noch ein Kilometer zu fahren. Wo ist Thomas Oecker? Wann taucht er auf? Dahinten ist er in seinem Hinterrad Morabito. Und dahinter, würde ich sagen, gute 10 Meter Abstand. Auch schon zur nächsten Gruppe. Ja, Thomas fährt wirklich ein super Rennen. Ja, das ist natürlich jetzt ungut. Die Motorräder kommen nicht vor. Die Fahrer haben keine Chance hier, woanders zu fahren. Die Leute laufen mit. Auch natürlich oft, um die Werbung irgendwie ins Fernsehen zu bringen. Das ist wirklich unfair jetzt. Auch hier ist keine Behinderung. Andererseits ist es schön, wenn es diesen Enthusiasmus gibt. Das ist ja das, wovon der Radsport... Und was natürlich auch einen Radsportler motivieren kann. Ja, da kennen wir den Nidhi Senf, den berühmten Teufel, der ebenfalls schon zum Inventar gehört. Der jetzt noch einmal Feuer macht. Unter dem Hintern Danilo Di Luca. Ist aber auch schon einmal schneller und länger mitgelaufen. Er hat schon ein höheres Alter erreicht. Schon über 60, soweit ich weiß. Das ist der Mann aus der ehemaligen DDR. Aber mit Rohrecker kommt er noch mit ein bisschen. Und dahinter Morabito, der das aber jetzt clever macht. Der hängt sich da jetzt ans Hinterrad. Und immer wieder der Blick zurück von Thomas Rohrecker. Jetzt sind wir in diesen steilsten Kehren, die wir angesprochen haben. Ja, der Danilo Di Luca hat sich natürlich jetzt einen schönen Vorsprung schon herausgefahren. Also er fährt ziemlich konstant. Schaut nicht so aus, als hätte er sich da jetzt verkalkuliert. Aber da fährt jetzt jeder für sich. Da ist jeder am Limit. Thomas hat jetzt offensichtlich ein bisschen das Tempo forciert. Hat er noch eine Chance hier, Danilo Di Luca auf den letzten 800 Metern abzufangen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Aber vielleicht gibt es noch eine Explosion bei Thomas Rohrecker. Morabito an seinem Hinterrad. Und der Vorsprung auf die Fahrer dahinter auch schon relativ groß. Da haben wir die beiden. Vorne Di Luca schon unterwegs ins Ziel. Ja, aber es schaut schon aus, als hätte er schon so schätzungsweise 20 Sekunden Vorsprung. 15, 20 Sekunden ist noch nicht viel. Also der Thomas ist wirklich gut dran. Es ist da jetzt gar nicht so wichtig, ob er jetzt Zweiter oder Dritter wird. Sondern da ist es wichtig, einfach nicht zu viel Zeit zu verlieren. Wir schauen dann ganz genau auf die Uhr für die Gesamtwertung. Bevor es dann morgen ja auf die nächste schwierige Bergetacke geht. Übermorgen dann am Großglockner. Und dahinter auch der Vorsprung relativ groß. Wir sehen vorne Di Luca. Der kann sich schon vorbereiten auf seine Triumphfahrt. Oder kommen die beiden da noch heran? Da wollen natürlich die Fans Thomas Rohrecker anschieben. Dahinter Morabito. Wer wird der Nachfolger von Kess Jakov? Wer fährt heute hier ins Gelb und damit in die Rolle des Top-Favoriten des Gejagten? Ja, dahinter kommt nichts mehr nach. Wenn Reuke jetzt nicht eingeht, Platz zwei oder drei für den Tiroler ist fix. Kann er noch die Kräfte mobilisieren für einen Schlussbörder? Sieht nicht danach aus. Die Luca vorne ganz souverän schon auf der letzten Kehre. 200 Meter nur mehr ins Ziel für den Giro-Sieger des Jahres 2007. Ja, und Thomas weiß natürlich auch, es geht jetzt um jede Sekunde, die er hier auf die Luca nicht verlieren darf. Und wird noch einmal wirklich alles mobilisieren. Aber natürlich auch die Luca vorne gibt alles. Und ja, der Vorsprung ist leicht größer geworden. Aber nicht wirklich so, dass er ihm wirklich davonfährt. Also ich schätze die 15, 20 Sekunden immer noch. Und da geht jetzt nur noch wirklich der Kampf gegen sich selbst. Was bist du noch bereit, dich zu quälen? Und du weißt natürlich jetzt noch einige hundert Meter und dann ist es vorbei. Rohrecker mit dem letzten Antritt. Aber vorne fährt der Topstar dieser Tour, der Internationale, ins gelbe Trikot als neuer Gesamtführender. Danilo Di Luca, 3,50, 49, inoffiziell einmal hier mitgestoppt von uns. Wie viele Sekunden Rückstand hat jetzt Thomas Rohrecker? Wir zeigen es Ihnen. Borapito hat ihn noch niedergesprintet. Auf Rang 2 und 10 Sekunden Rückstand für den Österreicher. Das ist nicht viel. Das war ein tolles Finale von Thomas Rohrecker. Super Rennen. Kompliment Thomas. Rang 4 für Ignatenko. Dahinter ein Astana Mann. Und Robert Fretscher auf Rang 6 für das Team Vorarlberg. Auch eine tolle Leistung. Und deswegen, ja, jetzt kann er mir ja Aqua Sabone arbeiten lassen. Und die Luca ist nicht wirklich ein begnadeter Zeitfahrer. Also da würde ich Thomas Rohrecker schon wesentlich stärker einschätzen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht jetzt schon vom Zeitfahren sprechen. Es kommen auch wirklich zwei schwere Etappen. Und auch die Niederösterreich-Etappen sind nicht zu unterschätzen. Da haben wir auch einen steilen Berg, den Sonntagberg, dann mit steilen Rampen ins Ziel. Zweiter italienischer Sieg hier nach Rico vor zwei Jahren. Jetzt Danilo Di Luca fährt in gelb hier am Kitzbühlerhorn. Darf ich mich bedanken bei dir, Gerhard. Du bist schon unterwegs zu den Interviews. Ja, danke Peter. Hat Spaß gemacht. Wir werden jetzt einige Höhenmeter nach unten begeben. Und wir hören uns gleich wieder. Ja, ungefähr zehn Schätze mal runter zur Rampe, zu Roland Hönig. Wir genießen noch einmal den Zieleinlauf. Das ist von heute zehn Sekunden Rückstand also für Thomas Rohrecker. Sieben Sekunden für Morabito. So eng wie in den letzten acht Jahren nicht diese Entscheidung. Damals zwölf Sekunden Rückstand für Rohrecker auf Suiz in der Gesamtwertung aus. Danilo Di Luca. Das ist noch einmal die Tageswertung. Noch einmal für Sie im Überblick. Marcel Wyss sehen wir hier noch auf Rang 10 wieder in 17 zurück. Den dürfen wir auch nicht unterschätzen.